Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im LS19 auf der Eblisbach einen wunderschönen guten Morgen zusammen. So, lass mich mal schauen, was haben wir denn alles schon gemacht? Hier wurde jetzt gegrobert, was ich so sehe, und hier wurde auch gegrobert, ist das so richtig? Genau, die 5 müssen noch gegrobert werden, dann können wir gleich rüberfahren. Zur 5, warte mal, ich muss kurz mal, Entschuldigung, ich hoffe, es hat nichts getan. So, okay, jetzt fahren wir mal rüber zur 5, werden die mal, uh, da war vielleicht kein Weg, ist nicht so schlimm. Ähm, ja, ähm, liebe Leute, es kann sein, dass das heute das einzige Video bleibt hier auf diesem Kanal, weil, ihr habt das gestern schon gesehen, gestern kam auch gar nichts, oder kam, äh, vielleicht kam doch, ich weiß nicht genau. Aber ich glaube nicht, dass es allzu viel kam, und heute wird wahrscheinlich auch nur dieses Video kommen. Äh, das liegt daran, dass wir, äh, beziehungsweise, dass ich momentan einfach die Zeit nicht habe. Ich habe die Zeit einfach überhaupt nicht, ähm, es gibt momentan sehr viel, was ich so tun muss. Äh, es gibt einiges, was ich euch demnächst sagen kann, was neu ist, was neu kommen wird, und das kostet so viel Zeit im Moment. Und da bin ich momentan mit Herz und Seele dran, und da, muss man leider sagen, fallen die Videos leider ein bisschen durch den Rost. Äh, das soll natürlich noch nicht zur Gewohnheit werden, das ist mir schon klar, das ist auch mein Ziel. Aber es gibt einfach Sachen momentan, wo ich sagen muss, das ist für mich, ähm, das kann ich nicht anders überwachen. Das muss ich jetzt machen, und sonst kann ich es gar nicht machen. So in der Richtung. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Oder könnt erahnen, was ich meine. Und deswegen, ähm, ja. Kann sein, dass das heute das einzige Video bleibt. Aber, äh, möglich, ich kann es nicht sagen. Ich habe aber schon ein bisschen vorgearbeitet, ihr seht es hier, äh, die Mission Nummer, ähm, 68 haben wir ja schon, äh, letztes Mal angenommen. Und da habe ich jetzt, ne, äh, außerhalb der Aufnahme schon gemäht und gepresst. Und, ja, da können wir das jetzt wegbringen. Scheune müsste ja eigentlich genau nebenan sein, ne? Wo ist denn hier so ein Tor? Ah, hier. Oha, ja. Erstmal, erst mal vorbeifahren am Tor. Kann man machen. So, äh, mal hier aufmachen. Okay, da bringen wir das mal rüber, würde ich sagen. Oder bringen wir das mal weg, ganz allgemein. Äh, und dann schauen wir mal. Also das sind jetzt alle Ballen von diesem Feld. Ich habe keinen fremden Ballen, der nicht von dem Feld war, hier mitgenommen, sondern das sind alles reine Ballen von diesem einen Feld hier. So, jetzt kommen wir hier rum. Boah, Alter, ist das eng. Naja, was sollst du machen? Äh, ja, jetzt schauen wir mal. Was mich ein bisschen gewundert hat, ist, dass es wirklich, ähm, tüt, 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 ich glaube, äh, ja. Also was mich gewundert hat, ist, dass wir noch nicht so viel, äh, Fortschritt in der, oder bei der Mission haben. Wobei ich schon alles abgemäht habe. Alles wurde zu Ballen gepresst und alles wurde jetzt schon abtransportiert. Aber wahrscheinlich wird erst die, die, die Ablieferung der Ballen, die ausschlaggebende Situation sein, wenn es dann nach oben schießen sollte. Und so, dann schauen wir dann. Ja, genau, ihr habt ja gesehen, ne, der andere Kollege ist ja fleißig am Grobern immer noch. Äh, das ist auch das letzte Feld, was wir grobern müssen. Also das passt immer allgemein. Ist das die Scheune hier? Ja, Scheune. Weiß gar nicht, ob es noch einen anderen Punkt gibt, wo man das verkaufen könnte, aber die Scheune ist schon nicht so verkehrt. So, machen wir mal Z. Weil dann wird natürlich alles, ich werde alles abladen. Also egal, ob jetzt meins oder nicht meins, ich werde alles abladen. Ich habe keine andere Mission, das heißt, alles, was jetzt abgeladen wird, wird der Computer hoffentlich erkennen. Ey, das ist von hier, das ist okay. 68 Prozent. 85. 96. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und da gibt es sogar noch 13.000 oben drauf. Und jetzt holen wir uns noch die 4.000 für das, äh, eigentliche Dinge sehr perfekt. Und dann haben wir wieder, ja, 17.000, 18.000 was verdient, ne? Also warum nicht? Das ist immer das, wo ich sage, äh, das ist immer leicht verdientes Geld, wenn man das Equipment dafür hat. Das ist immer so gewesen. Ähm, Wänden, nicht so geil. Ähm, Silageballen, da wäre ich halt schon wieder bei, ne? Da bin ich halt schon wieder, da bin ich halt schon wieder Feuer und Flamme. Wobei die 54 hatten wir erst mal, ne? Nein, nee, es war hier, glaube ich habe ich gelassen. So, ich möchte jetzt einfach tatsächlich gucken, was wir sonst noch machen können. Ich will natürlich nicht immer nur, äh, die eine Wiese oder die einen Wiesen bearbeiten. Das ist ja auch langweilig, ne? Verstehe ich natürlich auch. Äh, und deswegen würde ich einfach mal gucken, was wir sonst noch zu tun hätten. Wir haben jetzt ein bisschen Geld, ne? Das kann man ja ruhig so sagen. Äh, viele Leute haben mir empfohlen, dass ich mich in Richtung Schweinezucht ein bisschen bewegen sollte. Äh, ja, das war das, ne? 400, das kostet 500.000. Das ist aber so, gehört halt so dazu, ne? 500.000, das ist schon viel. Wie viel Geld haben wir denn eigentlich noch? Oh, oh. Äh, ich werde mal ein bisschen was zurückzahlen. Ja, 580. Auch noch ein Haufen Geld, was ich schulde, ne? Meine Güte. Ja, es hat sich so angesammelt, ne? Hier ein bisschen, da ein bisschen und das, ja, dann ist es gleich mal zusammengekommen, das Ganze. 13.000 Liter Milchstuhl, könnte man echt mal wegbringen, ne? Sonst futtermäßig sieht es ja nicht ganz gut aus. Äh, wir fahren jetzt einfach mal zurück, würde ich sagen. Und dann können wir gucken, wie es weitergeht. Äh, der Rückgriffsgang reingeschubst. So. Ähm, gut. Ja, wir werden sicherlich ab und zu wieder mal eine Mission machen, aber wie gesagt, mir hängt das auch schon ein bisschen zum Hals raus, immer die Mission machen. Natürlich bringen sie gut Geld. Äh, was man sich überlegen könnte, das stimmt tatsächlich, fällt mir gerade auf. Was wäre denn, wenn man so eine Mission einfach mit Cursway machen lässt? Weil dann muss ich sie nicht selber machen, habe aber trotzdem den Verdienst. Haha! Das könnte man ehrlich machen, ne? Lass das mal, lass einfach mal den Taktor hier stehen. So. Warte. Ähm, ich würde tatsächlich, ja, komm. Weil prinzipiell ist es ja nicht, ist es ja so, dass wir das Geld schon brauchen würden, ne? Also es wäre jetzt gelogen, wenn man sagt, ey, die Kohle, ne, die brauchen wir nicht. Vergiss es. Äh, suchen wir mal uns eine 12.000, naja, das haben wir schon mal gehabt, ne? Düngen. Ey, Düngen war immer eine geile Sache, ne? Düngen-Missionen war immer geil. Ähm, Ballenpressen, ne, das ist mit Wender wieder. Das ist auch mit, also das gleiche, ja, moin. Ähm, das bringt nicht so viel. Wieder mit Wender. Das ist, das, ja, die 54, da sind wir wieder, ne? Komm, lass doch einfach mal annehmen. Äh, ja. Dann fahre ich mit dem Big M jetzt einfach auf die 54 rüber. Und lass das einfach Cursby machen. Und dann schauen wir uns irgendwann später wieder an, äh, was hier Phase ist, ne? Ich habe von einem Zuschauer, ich weiß nicht, ob das jetzt schon länger war oder erst neu, habe ich, ähm, jetzt weiß ich aber nicht, welche das war. Äh, war das die hier? Mit Farbwahl? Äh, Kuhn-Yellow? Und die, nee, warte mal, das war anders. Also, was ich hier haben wollte, das wisst ihr ja, äh, ist, ähm, dass man das so umscannen kann in so ein Krone, 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 Krone Dingens, Kronefarben. Äh, da hat mir auch jemand was zugeschickt. Ich bin am Meinung nach, ich habe das auch mit reingenommen, aber irgendwie ist es nicht mehr da. Es ist einfach verschwunden. Oder? Ne, die standardmäßige, ne, die kann das nicht sein. Habe ich da vielleicht irgendwo? Big Bale ist es nicht, das ist auf alle Fälle, weiß ich nicht, ob wieder, muss ich nochmal nachgucken. Vielleicht habe ich da auch irgendwie was falsch gemacht, kann auch sein. Aber ich bin der Meinung, dass ich das bekommen habe und dass es eigentlich auch ganz geil war, was ich jetzt noch so weiß, aber, boah, ja gut. So, ähm, wir werden jetzt was machen. Und zwar habe ich mir überlegt, lass uns mal ganz kurz gucken, welche Sehmaschine wir haben. Wir haben, glaube ich, alle Sehmaschinen, ne, die wir so, die wir, ne, ich hätte nämlich was Neues geplant. Was ich noch nie gemacht habe, also noch gar nie, äh, ich weiß aber nicht, ob ich das sehen kann. Lass mich kurz gucken. Äh, ich kenne das Symbol nicht. Shame on me, ich kenne das Symbol von dem nicht, was ich sehen will. Das ist ein Trauerspiel. Das ist aber, warte mal, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Okay, warte. Also, ich weiß es, was ich brauche, aber ihr wisst es noch nicht. Jetzt muss ich gucken, ob ich das sehen kann. Da können wir nämlich gucken. Ich kann es nicht sehen. Oh, wow. Ich wollte Papel machen. Ähm, und zwar aus dem ganz einfachen geilen Grund, weil ich würde das Ding gerne mal ausprobieren hier. Wo ist es denn? Äh, das hier. Ich würde das echt gerne mal ausprobieren. Das kostet auch nicht viel in der Miete. Das würde ich mir einfach mal mieten, so für ein bisschen, weißt du? Äh, Papeln stelle ich mir schon geil vor, ne? Habe ich noch nie gemacht. Muss ich ehrlich sagen, noch nie gemacht in Rotz. Aber, ähm, ja. Ah, das hier sind Papeln, ne? Oder, oh, mein Handy. Handy, bist du bitte ruhig? Ich bin am Aufnehmen. So. Ähm, gibt es noch eine andere Variante Papeln zu sehen? Ich glaube nicht, ne? Also, wir brauchen wohl dieses Ding hier. Ich hasse das Ding, ja, muss ich sagen, ne? Okay, muss ich mir noch überlegen. Jetzt fahren wir mal rüber und bringen mal den Kollegen rüber zur Mission, ne? 54, da müssen wir jetzt auf alle Fälle rechts rüber. Auf alle Fälle. Und dann, äh, ja, Kreisverkehr. Äh, ich war doch schon mal auf der 54. Jetzt mal ohne Schnaps, ne? Warte mal. Da war ich doch schon mal, oder? Täusche ich mich da gerade? Aber ich bin am Meinung, da war ich schon mal. Wenn ich mir das Feld jetzt hier so... Ja, schwierig. Die sehen halt alle ziemlich gleich aus, die Felder, ne? Kann sein, muss aber nicht sein. Weiß ich jetzt nicht, genau. Ach, ja. Ne, aber auf Papeln hätte ich mal Bock. Äh, nicht alles. Nicht, nicht alles. Also, ich hätte nur... Jetzt habe ich jetzt vergessen zu sagen. Äh, das Feld 5 wollte ich jetzt mit Papeln machen. Weil ich weiß halt nicht genau, ob sich das lohnt, beziehungsweise... Mir wurde immer in die Kommentare geschrieben, Werner, mach mal Papeln. Das lohnt sich. Das lohnt sich mit dem neuen Gerät, bla, bla, bla. Lohnt sich, habe ich immer gehört. Ich habe es halt nie versucht, ne? Und wenn ich wage, den ich gewinne, sage ich immer. Und deswegen wäre das eigentlich schon mal eine geile Kiste. Vor allem wäre es mal was anderes. Es wäre einfach mal was anderes. Natürlich hat es jeder gemacht, wo das Endless und DLC rauskam, die Papeln. Ein, zweimal gesehen, nie mehr. Dann, weißt du, das hat man dann nie mehr gesehen. Und deswegen würde ich es einfach mal gerne versuchen. Einfach nur mal für mich, damit ich sehe, ah ja, läuft oder läuft nicht, oder... Gutes Geschäft, kein gutes Geschäft, wie auch immer. So, warte mal. Lassen wir hier mal gucken. 54. Die nächste ist es, die nächste. Die andere Geschichte ist natürlich jetzt auch, wie mache ich das mit Cursephone, ne? Weil ich weiß natürlich auch... Das kommt mir so bekannt vor, das Feld. Ist egal. Ähm... Wir fahren jetzt mal... Wir machen jetzt mal das hier, ne? Feld 54. Ja. Vorgewende würde ich... Äh... Keines machen, tatsächlich. Zehn Meter ist okay. So, jetzt zeigt mal, wie das... Ah, ja. Man muss leider aufpassen, weil... Ich weiß nicht, ob der erkennt, dass er da hinten noch was dran hat, weißt du? Ja. Das war jetzt Blödsinn, warte. Weil du kannst halt mit dem Ding... Guck dir das an, warte, ich zeige das. Du kannst halt nicht so doll rückwärts fahren, ne? Äh... Das war wie immer schon so ein kleines oder feines Problem, was ich halt damals schon im Live-Projekt hatte. Dass das einfach nicht so geil funktioniert, wie ich das gerne hätte. So, warte mal. Lass uns mal ein bisschen mehr Kurs einblenden. Ja. Siehst du, das meine ich, ne? Mit dem Drehen. Das Gerät, andere Füße, ich war ja mega wendig und so, ne? Daran würde es ja nicht scheitern. Aber... Äh... Du kannst so gut wie nicht lenken und ich glaube, dass das eigentlich ein Problem sein wird, könnte. Da kommt ein Auto, warte. Noch ein Auto. Sag mal, wollt ihr... Wo wollt ihr denn alle hin, hier? Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt fahren wir hier mal... Ich weiß nicht, ob das jetzt... Ah doch, das klappt, ne? Einfach mal fahren lassen, ne? Einfach mal... Das klingt wieder falsch, aber ihr wisst, was ich meine. Einfach mal nur fahren lassen und dann schauen wir mal weiter. So. Mit dem Kollegen, äh... Können wir auch wieder nach Hause fahren? Schafft er den IT-Runner? Das ist die Frage, ne? Okay, dann müssen wir gleich mal testen. Wir können aber gleich schon mal... Achso, warte mal. Da, wo der Schwadertschicht steht, da war jetzt der... der Radlader, ne? Ja, schwierig. Ja. Geht jetzt schon los mit durchredend Reifen. Ah, hat das wieder... Okay, alles gut. Äh, warte mal. Wir stellen den mal hier rein. Da tut ja auch niemandem weh hier drin. So, ich werde es mal versuchen, ob ich mit dem kleinen Waltra... ob ich das machen kann, ne? Bin mir da nicht sicher, aber es könnte... Naja. Wer weiß, wer weiß. Okay, ankuppeln kann er schon mal. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ich fahre gerade vor... Ich gebe gerade Gas, ne? Okay. Also so für die kleinen Hofarbeiten... mit dem IT-Runner würde wohl klappen, aber... Ich glaube, wenn ich da... so ein volles Milchfass hinterher habe... und ein bisschen bergab fahren würde... hätte ich Angst, muss ich gestehen. Hätte ich ein bisschen Angst. Ah ja. Beim ersten Mal. Das ist ja Wahnsinn. Äh. Das hat ja wohl gar nicht geklappt, Werner. Oh, Mann, ey. Was hat er da für eine peinliche Vorstellung gerade? Oh, wow. Jetzt bin ich mal gespannt, ob er das eigentlich hochziehen kann, weißt du? Da bin ich jetzt wirklich gespannt. Also du kannst ihn auf alle Fälle nicht bewegen, wenn er gerade dabei ist, das aufzukippen da hinten. Das funktioniert nicht. Ist okay. Jetzt fahren wir mal hier hoch. Drückt mir alle Daumen, die ihr habt. Aber wie gesagt, schreibt es mal gerne in die Kommentare, was ihr von den Papeln haltet. Und von diesen neuartigen Papelballen. Da bin ich sehr gespannt. Oh, komm, Mäuschen, bitte. Aber da können wir das ja vielleicht sogar gemeinsam entscheiden. Gülle. Nee. Nee, nee, nee. Nicht die Gülle. Ich würde gerne die Milch mitnehmen, weißt du? Milch, da haben wir es schon. 13.000 Liter. Okay. Gut. Damit bin ich aber... Aber das sind wir erstmal fertig für heute. Wie gesagt, es kann sein, dass... Oh Gott. Dass das heute die einzige Folge bleibt. Es kann sein. Ich kann es euch nicht versprechen. Ich würde euch... Will ich aber trotzdem schon vorwarnen, dass es sein könnte. Seid mir bitte nicht böse. Es wird wieder Zeiten kommen, wo es mehr Videos oder, ne, mehr Videos, sagen wir es allgemein, kommen wird. Ich danke trotzdem fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, liebe Leute, lasst sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin. Macht es gut. Ciao, ciao. Ciao.